Morgenstund hat Kaffee im Mund. Ja, in dieser Hinsicht Grüße und Hallo. Kurz verarbeitet, ich muss irgendwie wach werden. Konosuba Season 2 Episode 1 Das Ding ballert in vollem Glanz und Gloria weiter, wie sie aufgehört. Diese Serie ist genial, ehrlich. Man kann nur loben, man kann wirklich nur loben. Und es ist gut, dass ich Leute habe, die mit mir zusammen diese Sachen anschauen. Muss man halt früher aufstehen, weil internationale Streams dauern ein bisschen. Und das ganze Watch zu gehen an Sonnen... Ist ein bisschen... Aber yeah, leider geht es nicht anders. Die Serie ist leider nicht lizenziert irgendwo. Was ich schade finde. Ich dachte mir eigentlich, dass Crunchy Wars es geschnappt hat, aber leider nicht. Man hat bei Entertainment hat sich in den USA und in Großbritannien... Also definitiv ein fixer Kauf für meine Seiten. Also ich muss mal in der Season 2, also Season 1 holen, aber... Ist sowieso für mich mehr fix, dass ich mir das Ding besorge. In der letzten Season ist es ja so geändert, dass Kasama ist ja verhaftet worden wegen der Zerstörung eines Onwesens. Nach der glorreichen Schloch gegen diese große Kampfmaschine, die seine Heimatstadt zerstört hätte fast. Und der hat natürlich... Yay! Hey! Du... Das geht alles auf deine Kappe, also... Yay! Und ich weiß nicht genau wie viel ich vorgraf, aber ich empfehle es jedem, ehrlich... Du... Das... 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 Wie... Kasama von seiner gesamten Gilde und seinen Freunden mehr oder weniger fallen gelassen wird, wie eine heiße Kartoffel aus dem Ofen. Ist er geradezu... Wow! Er bekommt die erste Hälfte wirklich knüppelhart. Nicht, dass er verhaftet wird. Na, auch seine ganzen Kollegen, die zuerst ganz kurz mal so... Nein, 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 nein... Stehen zusammen. Olli, ich wollte es ja auch in den Knast. Nup! 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 Ehrlich, also... Loyalität ist nicht sehr groß geschrieben, die ganze Sache. Wenn sogar die Sekretäre in der Gilde mehr oder weniger sich von dir abwendet. Oder ich staub. Wow! So hier. Boah, ihr könnt hier so viele Witze machen, die es mir wieder in Schwierigkeiten bringen würden. Ne, aber... Das halte ich mir für ein anderes Mal auf. Och, es ist ja Jänner. Deswegen heißt es, ich muss mich bald mal mit ein paar anderen Leuten noch beschäftigen, die ich ja einmal pro Jahr besuche. Naja. Auf jeden Fall. Plus, das haben auch schon andere aufgebracht. Du hast hier wirklich eine so tolle Ray Zero Szene in dieser Episode jetzt gerade. wo Casuma wirklich von dieser Beauftragten mehr oder weniger mit einem Lügendetektor befragt wird. Und ihn mehr oder weniger so bloß stellt. Und ich... Wow! Hat ihn bei dem Knirglis und dreht und dreht. Sogar als er mehr oder weniger ein bisschen freundlicher und ein bisschen zurückhaltender spielt. Mehr oder weniger, um ihn aus der Reserve zu locken. Wow! Das war... Wow! Okay. Man erfährt natürlich auch witzigerweise, dass das Darkness zum Beispiel anscheinend noch sehr viel mehr Geheimnisse im Hintertürchen hat, als man zuerst glaubt, dass da ihre Familie mit dem Imperium zusammen mit den ganzen Königshausen noch ein bisschen näher verflochten ist sogar, weil sie so eine Art Ehrenabzeichen hat, dass sie auszeichnet dafür, dass okay... Ihr Aussage hat ein bisschen mehr Gewicht als der Standardpöbel anscheinend. Aber ich greife voraus. Allein dieses Ausbruchsversuche... Und auch Versuche, weil... Casuma nicht auch versucht auszubrechen, weil es keinen Sinn macht, weil... Wie gesagt, Aqua ist ja mehr oder weniger in dieser ganzen Episode wieder mal typisch nutzlos. Ich hab den Dietrich für ein Kombinationsschloss. Ich hab ne Kiste, die ihn treibt. Ich hab ne Säge, die ich nicht benutzen kann. AAAAAAAAHHHHH! Die Nutzlosigkeit ist göttlich an dieser Stelle, muss ich wirklich sagen. Und die Situation da ist, ähm... Darkestor mit Megumin zum Beispiel überall in der Gegend Explosionen auslöst. Nur um die Wachleute abzulenken. Der Kollateralschon muss gigantisch sein. Wow! Wow! Einfach nur deswegen. Und das ganze gipfelt einfach in einer geradezu lachhaften. Ich hab da nicht zu viel heraus... Das muss man angeschaut haben. Das muss man gesehen haben. Das ist einfach nicht so... You gotta see to believe, okay? Die Scherze. Und das Tolle ist, sie greifen wirklich all das, was Kasima in der ersten Season gemacht hat, auf, um ihn hier ins Gesicht zu reiben. Okay? Angefangen von der ganzen Panty-Klauerei. Durch seinen Stilskill, den er hat, wo er immer nur Damenhöchstchen erwischen kann anscheinend. Warum auch immer. Bis hin zu seinen ganzen anderen Missetaten, die er sonst bekommen hat. Es kommt alles zum Tragen. Okay. Gut gemacht. Plus eben... Das ganze läuft dann eben so hinaus, dass... Sagen wir es mal so. Die Probleme häufen sich und werden nicht weniger. Inklusive einem gigantischen Schuldenberg. Das ist auch logisch irgendwie. Man... Okay. Vom Regen in die Traufe. Vom Schafott ins Armenhaus. Mehr oder weniger. Weil sie ja wirklich in dieser Stelle die absolute Downtime ist. Sie fangen wirklich so an. Sie haben ja wirklich vom Anfang an wieder anfangen müssen. Mit einer gigantischen Latte an Schulden am Hals. In Bezug auf die... Ja, du... Okay. Darf freigehen. Okay. Es ist ja typisch ein Monopoly-Schmier. Sie gehen nicht über los. Oh. Ja. Und überall klebt der Kuckuck. Und wer weiß, was Darkness machen muss. Um diesen einen Typen, den das Haus gehört hat damals. Äh. Machen muss. Darüber freut sie sich sogar. Ja bis jetzt. Mal. Also, man darf gespannt sein. Auf jeden Fall in diesem Sinne, erst muss der Prüfbericht Konosuba Season 2 Episode 1. Feuert genauso weiter los wie alles andere. Sehr positiv, sehr lustig. In diesem Sinne, cheers bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass wir eine Lizenz hier bei uns sehen. Wäre schön, aber das ist eine Rant für eine andere Zeit, okay. In diesem Sinne, ciao, ich klicke hier auf hochladen und gehe dann zur Arbeit. Man sieht sich die Tage mal. Wenn nicht online, dann in real life und sonst dann. Cheers bis zum nächsten Mal. Ah, der Kaffee ist noch ein bisschen warm. Ein bisschen. Ciao.